Ich bin Robert Piantek, ich bin 39 Jahre alt und komme aus den USA. Ich habe Big Forest Frameworks gegründet mit der Idee, dass ich Fahrradrahmen schaffen wollte, die besonders waren und die ein bisschen anders waren, als was es schon gibt auf dem Markt. Ich fahre gerne meine Fahrräder durch die Natur, mit Rennrad und auch mit Mountainbike. Ende 2012 habe ich die Idee gehabt, dass ich meinen eigenen Fahrradrahmen bauen könnte. Ich habe meinen Job aufgehört und bin nach Hause in den USA gegangen und da habe ich mein erstes Fahrradrahmen geschafft. Für mich ist Fahrradfahren die absolute Freiheit. Wenn ich in die Pedale trete und mache los, dann vergesse ich alles anderes. Die Rahmen, die ich baue, die sind genau auf der Körper der Fahrer angepasst. Ich wollte ein bisschen mehr moderne Optik haben von meinem Fahrradrahmen. Ich finde dieses Design von der Muffin mit den kleinen Löschern, ich finde es sieht super aus. Der Gesamtblick von dem grünen Rennrad hier finde ich super. Der Stahl von Reynolds in Columbus, das ist hochmoderne Stahl, ist sehr leicht. Die Rohrwandstärke ist sehr dun und die Fahrräder, die fahren super und kannst du richtig schnell fahren. Fahrradfahren für mich ist in der Natur zu sein und Freiheit und Leidenschaft. So ein Rahmen, so wie ich baue, das kannst du überhaupt in keinem Laden finden. Ich bin begeistert von wie dieser grüne Rennrad geworden ist. Rahmenbau ist nicht so einfach. Aber wenn du mit mir deinen eigenen Rahmen baust, dann ich kann alles zeigen und ich weiß viele Tricks und wie alles geht. Und wenn du deinen eigenen Rahmen bauen willst, dann kannst du gerne bei mir einen Kurs machen. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020